Hallo und herzlich willkommen zu unserer ersten Jam Session. Was heißt das? Es kommen allerhand Instrumente heute zusammen, die miteinander einen Riff spielen. Wenn du Gitarre spielst, Bass-Gitarre oder E-Gitarre oder Zupfs oder irgendwo oder Keyboard, dann schau dir vorneweg das passende Video dazu in meinem Kanal an. Es geht los. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.